Für meine Pancakes nehme ich ja natürlich Dinkelmehl. Dazu kommen auch Buttermilch und Bio-Eier. Den Teig rühre ich so lange, bis eine richtig homogene Masse entsteht. Dabei darf natürlich auch eine Prise Salz nicht fehlen. Nachdem ich etwas Butter in der Pfanne zum Schmelzen gebracht habe, kann es losgehen. Eine Ausstrichform, die ich normalerweise für Kekse verwende, hält den Teig in Form. Und damit ich die Pancakes später besser in die Hand nehmen kann, habe ich mir einen Spatel aus der Apotheke besorgt. Einfach in den Teig legen und übergießen. Aber Vorsicht beim Wenden mit Pancakes, es ist wirklich heiß. Für die Dekoration mache ich eine Bananen-Nougat-Creme. Einfach die Bananen schneiden und zusammen mit der Nougat-Creme im Hochleistungsmixer für ein paar Sekunden mixen. Damit ich die Creme besser portionieren kann, hilft mir eine kleine Spritzflasche. Jetzt kann nach Herzenslust dekoriert werden. Deiner Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Das sind sie, meine Muttertags-Pancakes. Mach mit und zeig mir, mit welchem Schlemmerfrühstück du deine Mutter überraschen würdest. Ich freue mich!